Hallihallo, meine lieben Löwen. Heute kommen wir zur Wochenbotschaft 5. bis 11. Juni. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine schöne Zeit. Die Monatsreadings sind hochgeladen für den Juni. Auch das Vollmondvideo habe ich hochgeladen. Ich hoffe, du hast Spaß dabei und findest hilfreiche Impulse für dich. Vielen lieben Dank für dein Like, für dein liebes Kommentar und auch für dein kostenfreies Abo und auch für alle, die in die Mitgliedschaft gehen. Ich freue mich mega. Jetzt wollen wir mal schauen, was denn die Woche 5. bis 11. Juni für dich bereithält. Worauf kannst du dich freuen? Was sind die Energien? Was kommt hier Erfreuliches auf dich zu? Was ist hier los bei meinen Löwen? 5. bis 11. Juni. Eine Karte. Ich hätte gerne noch zwei. Danke. Noch eine weitere. Dankeschön. Oh, die ist gleich weit geflogen. Das wird ja eine spannende Woche. Karte Nummer 1, Karte Nummer 2, Karte Nummer 3. Oh, sehr schön. Also, wenn du das Gefühl hattest, es gab in irgendeiner Situation eine Distanz, ein Hindernis, irgendetwas, was vielleicht für dich schwer überwindbar war, dann sehe ich jetzt, dass diese Zeit vorbei ist und du jetzt hier dich komplett neu ausrichtest und du ins Reine kommst, dass ihr ins Reine kommt. Das ist hier wieder eine Verbundenheit, eine Einheit zeigt sich hier ein an. Der Ring steht für Beziehungen, für Verträge, für neue Verträge könnten das auch sein oder eben mit deiner Familie wieder in eine Einheit kommst, wenn es davor ja vielleicht ein paar Diskrepanzen gab. Für den einen oder anderen könnte es auch hier einen Umzug geben, wo jetzt sich eine vertragliche Möglichkeit zeigt und die Linien stehen eben für familiäre Themen. Das kann also viel um Familie gehen. Im Allgemeinen nehme ich hier auf jeden Fall erstmal wahr, dass es darum geht, wieder den Frieden herzustellen, wieder ins Reine zu kommen, reinen Tisch zu machen und hier durch ein Tor zu schreiten, um weiterzukommen. Einige könnten hier auch mit einem sehr feurigen Erlebnis zu tun haben, also dass der eine oder andere hier vielleicht jemanden kennenlernt, wo eine starke Anziehungskraft herrscht und da steckt viel Potenzial für eine feste Verbindung. Ja, das kann ich schon mal so sagen. Auf jeden Fall gilt es, den Ort zu verlassen, den du vorher gewesen bist, gedanklich oder tatsächlich so dich neu auszurichten und dich vor allem auf das Richtige zu fokussieren. Und ja, wenn da sich eine Möglichkeit zeigt und du einen Bus nehmen darfst oder einen Zug, ein Flugzeug oder irgendetwas in deinem irdischen oder eben einfach gedanklich eine Möglichkeit zeigt, um diese Hürde zu nehmen, dann nimm diese Chance wahr. Ja, okay. So, ich möchte jetzt gerne wissen, worum geht es denn hier bei dir? Was bringt dir hier? Okay. Zehn der Stäbe. Was haben wir noch? Noch eine dritte Karte. Was kommt hier Positives rein? Okay. Ja, guck mal, wir haben in der Mitte den Stern. Er steht für Heilung, der steht für Klarheit, für Angebundenheit, Verbundenheit und auch für die Wunscherfüllung. Ja, also wenn du hier einen Wunsch gehabt hast, dann sieht das sehr gut aus. Steht unter einem guten Stern. Kann auch sein, dass du es hier mit einem Wassermann zu tun hast. Die Zehn der Stäbe verraten mir, dass jetzt wirklich ein Ende einer sehr belastenden Phase angezeigt ist. Du kommst da jetzt raus. Für einige könnte ja auch tatsächlich ein Umzug dastehen und 9 der Stäbe zeigt mir an, dass hier eine Phase der Erholung und der Regeneration auf dich wartet. Das ist doch sehr schön, dass man hier wirklich in sich wieder in Frieden findet. Guck mal, was ist denn hier die Wunscherfüllung? Worum geht es denn da? Guck mal, noch eine. Oh, die fliegen ja hier hoch. Was kann jetzt in Erfüllung gehen? Sehr schön. Ja, also wieder eine Bestätigung dafür, dass jetzt hier Dinge, dass du wieder zu neuer Lebenskraft kommst. Ja, du kannst hier mit der Zehn-Schwerter-Energie wirklich etwas abschließen. Du hast zweimal die Zehner-Energie, also ganz, ganz krass, doch sehr deutlich zu sehen, dass du jetzt wieder aufstehst, dass du jetzt dich neuen Dingen widmest und das Ende einer schwierigen Phase nehme ich hier so wahr. Also sehr, sehr schöne Energie, ne? Sie sehen zwar hier so ein bisschen traurig aus, aber ich nehme das eher als positiv war, weil du jetzt in dieser, du kannst jetzt hier wirklich in eine Reinheit kommen, ins Reine kommen mit dir. Und mit dem Ast der Stäbe zeigen sich hier Möglichkeiten, Potenziale auf echte Verbundenheit. Eine Verbundenheit, eine Einheit, die du in dir erstmal spürst, dass du dich wieder vollkommen fühlst, unabhängig davon, wer ist im Außen, wie sind die Umstände in deinem Umfeld oder im Außen. Manchmal machen wir unser Glücklichsein zu sehr davon abhängig, wie die Umstände in unserem Leben sind. Und ich sehe, dass du jetzt sagst, nee, ich kann ganz alleine dafür sorgen, in mir meinen Frieden zu finden. Und das wirst du auch. Du wirst hier zündende Ideen bekommen, vielleicht bewegst du dich auch mehr, hast Visionen und hältst an deiner Visionskraft fest. Und dazu könnte es eben wichtig sein, dass du dich auch von den Thematiken abgrenzt, die dir diese Schwere verleitet haben und von den Dingen, die du nicht mehr möchtest, von den Konflikten fernhältst, von den Belastungen, von Verbindlichkeiten, die nicht deine sind, Verpflichtungen, die nicht deine sind. Du hast aus deinen Erfahrungen auf jeden Fall gelernt und gehst jetzt wirklich durch ein Tor in eine neue Zeit. Was könnte das für ein Tor sein? Wir haben 6.6. 6 steht für Jungfrau, also 6. Haus steht für Jungfrau. Da geht es um neue, gesunde Alltagsstrukturen, neue Denkstrukturen, berufliche Strukturen. Also guck mal, was du für Routinen hast und wo du vielleicht mehr für gesunde Abläufe und gesundes Umfeld sorgen kannst. Also du lässt hier auf jeden Fall irgendetwas los, du kannst etwas vergeben oder jemanden vergeben in erster Linie. Dir selber vergeben ist hier ganz wichtig, um in dir wirklich wieder ins Reine und in den Frieden zu kommen. So, was ist die, das voraussichtliche, nee, was wollte ich denn jetzt klären? Ich wollte jetzt das Outcome. Acht der Kelche und Acht der Stäbe. Eine Achterenergie. Ja, das ist das Überwinden einer Situation und auch das Weitergehen, das natürliche Weitergehen, was hier angezeigt ist, dass du wirklich etwas loslassen kannst, was dich nicht erfüllt hat. Mit den Acht der Kelchen, da hat man schon einiges gehabt. Das hat dich aber schlussendlich nicht wirklich glücklich gemacht und du möchtest, du bist jetzt hier mehr auf der Suche. Ich nehme auch diese Vergebungsenergie hier wahr, dass du sagst, okay, ist nicht schlimm. Mit den Acht der Stäben hast du hier, ja, sprüht neue Energie, dieses energetisiert fühlen. Also hier kommt neue Lebensenergie rein, einiges kommt in Bewegung, vielleicht bewegst du dich tatsächlich auch mehr. Ja, okay, ich gehe jetzt im Extended hier mit den Lennemore-Karten noch tiefer in die Legung rein und wir werden uns das nochmal detailliert angucken. Und zum Schluss gibt es noch einen Rat vom Universum für dich für diese Woche. Wenn du das Gefühl hast, ja, das ist meine Thematik, ja, das ist meine Legung, dann freut es mich sehr. Dann freue ich mich auch über dein Like und über dein liebes Kommentar und natürlich auch für dein kostenfreies Abo. Guck dir gerne dann auch das Extended an, wenn du sagst, nee, ist nicht meine Thematik, dann brauchst du dir natürlich auch das Extended wahrscheinlich nicht angucken. Dann schau lieber in deinen Ascendent rein, vielleicht kommt der gerade mehr zum Tragen. Gerade bei der, bei allen, die in der, ja, in der zweiten Lebenshälfte, zweiten Hälfte ihres Lebens sind, kommt sowieso meistens mehr der Ascendent zum Tragen als das eigentliche Sternzeichen. Ja, ansonsten schau dir gerne noch das Vollmond-Video an. Wir haben am 4. Juni Vollmond im Schützen, da gibt es eine Legung zu und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und für alle anderen bis gleich. Bye, bye.